Wenn man die Giftpfeile ausbauen wird Hi Fabi Was's up? Noch mal Gas vergessen Hi Fabi Oh, ja, I knew that Hehehehe Ich hab... Ich hab... Ich hab was ganz dummes vor Also kommst du doch von unten nach oben Ja, aber du kannst... Du musst halt ne Plattform drunter bauen Na gut, das ist ja nicht das Problem Ich will wissen was oben im Baum ist Will das jemand auch wissen? Ja, ich hab schon probiert einen Baum hoch zu jumpen Aber es geht nicht Bald schon, wir bauen einfach ganz viele Treppen hoch Oder so Jumppits Äh... Im Baum hockt wieder... Hocken zwei Wolfspinnen Okay Na dann Auf Auffragen Ja, ich guck halt auf der anderen Posi Warte mal Fabi, weißt du, dass das funktionieren könnte? In der anderen Ecke hängt die anderen nicht Was denn? Wie weit kann man die wohl raustriggern aus der Höhle? Lass dich von den Maschum... Von der Maschum-Erhöhung die vielleicht killen kannst? Von der Maschum-Erhöhung? Von der Maschum-Erhöhung? Von der Maschum-Dinger sind Genau Die ich da neu platziert hab Ach so... Ich kann mal versuchen eine rauszukriegen Ich habe 22 Pfeile Ist da viel? Ja ne, es ist nur eine Weißt du, mir werden zwei angezeigt Die eine geht hoch Guckt mich an... Ne was, jetzt sind es wieder zwei... Äh? Ey, das ist weird das Spiel Es ist wie immer Warte mal, aber wenn ich jetzt hier stehe... Ne, die lassen sich nicht raustriggern Warte Die kommt nicht angelaufen Ah! Was? Die stand auf einmal in mir! Mama! Und ich bin eben auch im Kreis gelaufen, dass die Spinne mich nicht kriegt Alter, ich bomb dich jetzt von hier oben weg Ob das es bringt Die stand auf einmal wieder in mir drinnen Die Spinne mögen dich Mhm Down Äh Where do die Spinne? Was? Hat sich mit dem Vipailtschlag angelegt Hier Und bin tot Scheiße Naja, passiert Egal Im Baum hockt aber noch einer Bevor das contestant her gibt Der einer von euch der Höchste Ich nicht Ja, aber du auch nur ein Baum bist Ich würde mich freuen, wenn du das Deathcounter geben. Hätte ich was zum Lachen. Was soll ich sonst machen? Weiß er nicht. Ah! Alter! Aua! Ich sterbe. Flash, kannst du ganz kurz rüberkommen? Schaffst du das? Wie viel Zeit hast du noch? 20. Also jetzt sind es 20. Bist du irgendwo oben drauf? Ja, auf dem Blatt. Komm ich da irgendwie hin, ohne dass sie zu mir hochkommt? Oder hinkt ein Fall? Einfach geradezu, genau, ich hock auf dem Blatt da. Ah, die ist schon wieder in mir gespawnt. Und die hat auch diesmal getroffen. Das ist doch wirklich sowas. Bitte. So. Bleibst du da unten gespendet? Guck mal, weißt du, ich stehe hier, schieß drauf und auf einmal steht sie direkt vor mir. Kannst du ja mal gucken, ob du es auch siehst. Warte. So. So. Agro. Die macht nichts. Und gleich ist zu besch... Ja! Jetzt sind wir wieder bei dir. Ja. Genau das nehme ich. So, jetzt hängst du da unten gleich in der Ecke fest? Wie spawnt die irgendwie, oder was? Weißt du nicht. Jetzt wickelt sie. Jetzt wickelt sie. Sonst wieder ab. Ey, ich glaube, ihr hat es nicht gefallen, dass du mit dabei bist. Weil sonst hängt die hier vorne in der Ecke, bei der Pflanze. Oh oh. Ich finde die ausgekriegt die also nicht. Ja, ja, oh. Geh weg. Aaaaaaaaaaaaaaaaaah! Pfff. 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 Ja, warte, ich helfe dir gleich. Die wirkelte dann nehme ich noch. Na, guck mal, Marienkäfer. Ne, warte mal. Ups. sag mir mal wie lange du noch hast bitte 20 20 ich hab keine pfeile mehr nein nein ja jetzt kämmt sie natürlich bei dir sorry drei pfeile gefehlt wenn das ist das ist doch so aus dem alten ding und alten ding ok nächstes mal in kiefer habe ich komplett neue lebensleister lady head jedoch muss ich wahrscheinlich erst mal noch kennen weil in der luft alles klar ok schlürf ja da ja das bett da steht kannst du jetzt um umstände das macht ja nix ich stelle das nicht ok wie bei denen dann im gesicht ist na ja ich weiß dass ich doch am pink gerade ist ihnen einfach dann hallo sagt ja das passiert mir nämlich die ganze zeit besonders bei dir habe ich sehen wie sie läuft bei mir so und überleg mal wie scary das ist jetzt habe ich schon wieder eine alarmmeldung und die hockt da drin wir brauchen drei lex und zwei haben wir noch was für lex wo ist die bombardier lex die ist auf einem baum die ist aus baum die spawnt wo ist die die bombardierke von jetzt kommt sie gelaufen nein 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 ja pack dich da unten fest pack dich fest lass mich freundchen komm her ja hier nein hör zu glitschen hör zu glitschen hier bin ich hier bin ich komm rüber 2 2 alter worin rennt die denn jetzt ach 3 4 5 davon dass das was macht ihr jetzt da hinten was ich dumm bist du spinne das ist ja dumm genau wickel hierher komm hierher beweg deinen arsch wo hab ich das denn reingetan jetzt deinen haarigen arsch hast du feile flash ich habe vielleicht zwei oder drei von dir aufgesammelt ja machst du nicht ich habe keinen pfeil mehr und die sind gerade auf dem baum getriggert ach da hinten bist du ok jetzt bewegt sie sich mal wieder ok die hockt da immer noch keine pfeile mehr hm das rein da rein wow da hinten direkt mir gegenüber hinter dem baum schade ich könnte da versuchen da hinten runter zu rennen da liegt ein pfeil den sehe ich davon haben wir genug davon haben wir nicht mehr ok den kann ich werfen davon müsste ich auch noch nicht mehr holen ja aber die hat ein bisschen mehr leben noch hm ok warte mal mal gucken ob es gleich ok mehrere pfeile zwei pfeiler konnte ich aufnehmen hockst du da noch in angriffstellung ja warte mal ok sie kriegt weiterhin damage liegen hier noch genügend pfeiler einer sammeln doch du bleibst du hier stehen ja ich versuche gerade zu sammeln wie hat hier nur ein bleibst du da vorne bei der sple ich sammeln warte ich sammeln ich sehsseh hier spamse ich hoffe die ist halt immer noch da Die ist immer noch da An der gleichen Stelle Ah, sie sitzt hinterm Baum Warte, warte Ah, 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 ah Ich geh jetzt nochmal ein paar Nils besorgen Okay, Löwenzahn ist hier auch wieder gewachsen Bitch Lass auch einmal looten Mach mal Die Pfeile hier Wie sie auseinander droppt Okay, gleich sehen, Fabi Kannst du ruhig mitnehmen Nö Na gut, ich hab eh schon eine Wolfsspinne im Inventar Läuft In der Wolfsspinne im Inventar Ist mein neues Haustier Mhm, glaub ich dir Ich bastel mir selber eine zusammen Für so komischer Kultist Niko So, ist komisch Weißt du denn alles gefüllt mit E-Rates oder was? Die da laufen Überleg mal Du hast ein Reveal mit Wolfsspinnebein Und der macht dann Geräusche wie ein Marienkäfer Oh nein Dein Ernst? Ja Warum frage ich einen Ernst? Ah, schön Okay, die muss ich ja mal reparieren So 29 von 30 Plätzen Genau, zwei Aber wir wollen jetzt drei oder viermal schlafen, seitdem wir die das erste Mal getötet haben, ne? Das ist auch noch eine hohe Re-Spawn-Zeit Geht aber Ja, was hast du denn hier hingerufen? Ja, ich musste das loswerden irgendwie Das doof ist halt, dass du alles immer wegkickst, wenn du dagegen liegst, aus Versehen Das ist lustig Ich hätte mir Sachen aus dem Lager mitgenommen, aus dem Haupt Das ist ja auch von der Bombe-Tee-Käfer drei Legs Für die eine Sache da Für die Axt Kann ich einfach mal Sachen in die Kiste werfen, Flash? Ja, ich sauf nur dafür Nimm alles und schmeiß rein Ich seh da hinten so'n Stinker Hast du dann irgendwie alles wieder genommen, Fabi? Ja, dass es gestackt ist, dass ich nicht selber stacken muss So Boah, ich stack das einfach selber Was hast du da hinten? Das ist irgendwie nirgendwas Ja, forz doch, komm Oh Gott Äh, ey Pfeile wechseln Toll So, dass es da on und langsam fertig wird Ja Ihhh Ihhh Müssen wir kurz aus schränken Stinkkäfer, ey Slop Und Was essen Ah, hier wachsen jetzt Pilze, Flash Ich weiß nicht, wir sind schon letztes von Polen Jaaaa Wenn du manchmal voll vom Zaun weg bist, voll geil Ich weiß aber nicht warum heute Ah, alles gut Na, wahrscheinlich wirklich Discord Pfff Drill Voll nice Ohhhh 2149 Hm Ich zieh ihn bei euch auch Mhm Rech mir dann auch Diesen Reveal, brauch ich Oh, dein Miet, ich musste spoilen, dass du ein Freundchen Neck Ach, come on Wenn ich hier wirklich Pets haben könnte, würde ich mir so ein Vieh nehmen, ich find die voll cool Irgendwann als Pet einfach so eine Wollspinne Als Maun Ja, lustig, ne? Geil wär's, ne? Ja, geil Okay Nein, ich bin dein Tortel Ich hab's eben gesehen, wie's geflogen ist Oh Flash Ach man ey Was hast du geworfen? Wie gesagt, wenn du sprintest, dann über ne Schlucht kommst und Schiff drückst, weil du ein Gleiter hast, dann lässt du alles fallen, was du in der Hand hast Muss so Egal Egal Autsch Brauchen wir hier nur noch Grass Planks? Wir brauchen noch einiges an Grass Planks Ja, unmöglich Eventuell Ich sammle gerade schon wieder mit Das sind immer nur die bescheuertsten Sachen, die ich mir einfallen lasse Also, wie immer Wie gesagt, weißt du noch, wie wir manchmal Dinger bei Arc gebaut haben? Letztens auch mit dieser Vierer Plattform auf der alten Map? Auf der aktuellen Die Vierer Plattform immer Ja Hier wird die ganzen Pfeile von mir durch die Gegend rumliegen Nur weil ich auf so einen Stinkekäfer geschossen hab die ganze Zeit Kriegst du auch ganz gut so Mit dem Bogen Was bräuch ich denn hier für Weed Stem und Weed Stem und Spoilt Meat? Nein, da bräuch ich gar nicht von den nächsten wieder Fext die Weed Stem Hier vorne wächst es noch nicht gewachsen Kann ich von dir mal gucken, wie die drei immer noch sind Ich seh da hinten einer Ah, für Spaß sie sind spinn Ich weiß Ich habe noch 19 Pfeile Autsch Wenn du mit einmal da mittendrin festhängst, ey Und nicht wegkommst Nur die Frage, komm ich da irgendwie rauf? Und? Sterb Von oben nehm ich nass Was fehlt? Ne, da komm ich natürlich nicht hin Komm ich auf diesen Nagel? Auch nicht Irgendwas macht hier komische Geräusche Oh Lul, man kann doch auf den Nagel, ich bin gut Aber man kommt nicht oben rauf Scheiße Ich hab's probiert Passiert Master I failed Ne Da sind Rosen, ich muss auf die andere Seite Bip, 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 bip Okay Ah Lul, hier kämpft ne Spinne gegen einen Äh, Stink-Bug Okay Spinne gewinnt? Ja, die hat den getötet Und jetzt wiggelt die, Alter Die bugt gerade im Gras Das Ficha Genau Wird das für mich grad anspringen Hi Direkt hinter der Spinne ist noch eine Spinne Mhm Ist das sehr schön sowas Es sind sogar zwei Ich hab nur noch drei Pfeile Ich glaub die schaff ich nicht mit drei Okay Da müsste ich doch eigentlich hochkommen Schau ihm aber, ich hoffe Macht mal euren Entsetzen und rennt mal weg, bitte Weil so groß ist die Agro-Range, glaub ich nicht Hm Okay Müsste ich doch eigentlich hochkommen Genau Ich renn mal die Hake hoch Ja, war ich auch schon oft Da ist nischt Da war mal ein lila Punkt Irgendwohin in dir ist aber noch so ein lila Punkt Ich will halt mal gucken Jetzt hab ich wieder 19 Pfeile Ah, das ist Marienkäfer Ja Aber wo ist denn jetzt T-Diesel Genau nicht hier Wo ist Flash? Da hinten wieder Okay, ich will ja nicht runterfallen Hm, kommst aber noch weiter hoch Da hinten rennen die Schuhe Wenn du vorsichtig bist Mhm, okay Oh Gott Das ist so mies gemacht Das ist so mies gemacht Der ist mit nem halbem Wald auf, vor allem von dem ganzen Unratverzählung nicht Ja, ich weiß Okay Jetzt bin ich oben auf diesen großen Steinen drauf Okay Also schade, dieser Mistkäfer ist halt ähm, dieser Stinkbug ist despaunt, nachdem er getwirtet wurde Schade Ach, da hinten ist die Diesel Das ist der Insektenvernichterzeug, was da ganze Zeit rumgesprüht wird Gibt? Naja Ich seh das Ding nämlich jetzt komplett Ich steh oben auf den Stein drauf Okay Ich hab ohne Station wieder entdeckt Oh, noch nicht von, okay Okay Mhm Ich hab mich ja umgeschaltet runter Oh, aber Wo ist die Diesel? Welche ist die Diesel von euch? Krass? Dandelion Äh, ja, ich guck gerade wo sie endet Hier geht er Da, Dandelion Warum hat das hier schmiedert? Wow Ist hier vielleicht ne Höhle irgendwo? Gucken wir mal, ob der kleine oder größer wird Klaus für ne Höhle Voll aus Spinnnetze Voll aus Spinnnetze Normal? Ja, am Arsch Ich geh da bestimmt nicht rein Geh nackig rein Ach meinst du die Höhle unter dem Brett? Oder wo? Nö, nö Okay Bei der Hake Da ist sogar ein Brett Bei der Hake Ja, das hab ich auch schon gesehen Ja Bei der Hake ist auch so eins Okay Ne Höhle Natürlich Take that Vampire Und, you know Bugs and Spiders and stuff Ja, hier in der Base von Flash kannst du auch nicht schlafen Ist immer hell ausgeleuchtet Hm Verprügel grad der Spinnnetz Aber ist cool mit dem Licht, ne? Ja Verprügel der Spinnnetz Ich geh durch So, die nächste Die nächsten Pilze wachsen Jetzt hast du drei fertige Pilze Nice Was haben wir denn hier unten? Ist das geil gemacht? Ja Sieht auch stylisch aus Okay Auf jeden Fall sind hier ganz viele Spinnnetz unten Und jetzt häng ich Ich häng fest Scheiße Du bist halt oben Ich vermute mal, dass hier keine Ameisen hinkommen werden Und du hast viel Übersicht, ne? Wie aktivier ich diese? Die Blüte? Die Blüte? Also, die Die sind falsch Ah, du musst ja auch ausrüsten, ne? Ich hab sie gerade ausgerüstet Ja, dann einfach Shift Wenn du hoch genug bist, shiftest du Schwingle einfach mal Solo drauf, so Ah, okay Krass Okay Dann könnte man von einem zum anderen springen Dass du sozusagen so ein Netz aus verschiedenen Sprungbrettern hast Und von daher immer so hinhangelst Ja, nicht immer Keine Wur Im Endeffekt hast du ja ganz viele von diesen Dingern Die sammelst du Du tust die Station damit füllen Und hast immer welche dabei, oder so Ja Okay Aber für mich ist jetzt die Ende Gelände Naja, ich bin auch groß Na ich muss Ich werd mich jetzt hier verkrümeln Ich muss hier erstmal noch raus Du machst das schon Ich hau aber jetzt ab Na dann macht euch einen schönen Abend Ja, wünsch ich euch auch, bleibt anständig Immer Jetzt denk ich im nächsten spinn jetzt drin Bis dann Bis dann Ich Ich geh jetzt mal nach Hause und dann mach ich Ben dich auch Du machst das Wir glauben an dich Tschüss Bis dann, tschau Ich warte auch nur noch kurz, bis du durch bist Mhm Ja, ist ja nicht wahr Kann ja einfach nochmal nach ganz ganz Hause laufen kurz Also so mies ist die Höhle gar nicht Es kommt ein Wasserfeld, dann musst du noch irgendwie versuchen rüber zu kommen Okay Auf der anderen Seite sind kleine Minispiele, aber sonst War da bis jetzt noch nichts großes Ich glaub das große ist, er ist da weiter drin irgendwo Wenn du die große Höhle, wenn du die große Höhle erreichst da drin Ja wahrscheinlich Das hat immer abhängig davon was, in welcher Ecke lauert Mhm Das stimmt Hm Wenn die so mal mal ne Gasmaske machen Haben die schon die Parts dafür? Ja Sollten wir eigentlich alle schon haben dafür Bin ich der Meinung Weiß ich nicht, ich hab noch nicht übel Es ist halt teuer Ja 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 gut, aber guck mal wie ich die Käfer und so vorhin abgefarmt hab Das war dann irgendwie Und Gasmaske Fünf Fühler Klar kann man die machen Okay Stimmt ja ich hab ja Needles noch mitgebracht Zack So rein damit Zack Dann war das 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 noch Die Ameisenlinge Ja gut Na ja Noice leer Oder noise Hi du Wollen wir dann nochmal schlafen, dass wenigstens Tag ist morgen oder? Ja können wir gleich machen Äh Hier in der Rüstungskiste Eine Gasmaske Okay Fünflösch habe ich jetzt nicht gemacht Kann aber auch noch dann machen Lass uns einmal schlafen liegen Ich weiß nicht mehr über das Rest von dir Aber ich weiß nicht mehr Ich weiß nicht mehr Aber dann kann ich beim nächsten Mal nämlich da hinten hingehen Ja, mal gucken was da dann ist, ne? Guck mal wie ich aussehe Ja, ich hab's gesehen, ich denke das ist voll creepy Ist es auch Als würdest du eine Fliege sein Weil, wie gesagt, dann kann man da hinten hingehen Bei dem Gas- oder Insektenvernichterzeug Was da rumliegt Ja Hingesprüht wird die ganze Zeit Und dann schauen wir da auch mal weiter Natürlich Machen wir Na gut Man schafft ja jetzt einiges Ja Na gut, dann würde ich sagen, würde ich den Stream hier aber auch jetzt beenden Na klar Hat Spaß gemacht Ja Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder Ciao Bis denno